Wir müssen für die Zukunft Energie sparen. Wir sind es unseren Nachkommen schuldig, einfach auch in der Wasserwirtschaft nachhaltig zu arbeiten. Der Wasserverband Südliches Burgenland umfasst 30 Gemeinden. Wir versorgen 50.000 Einwohner mit einwandfreiem Trinkwasser für die 30 Gemeinden. Wir haben schon sehr lange einen sehr guten Kontakt mit der Firma Grundfos. Wir haben ursprünglich nicht geglaubt, nachdem diese Pumpen schon einmal getauscht wurden, dass eine dermaßen große Energieeinsparung noch einmal möglich ist. Das ist die Pumpe und die alten Pumpen waren ungefähr so hoch, mindestens so hoch, dass diese Pumpe überhaupt die Wasserleistungsdaten schaffen wird. Und man kann auch erkennen, dass sie bei gleicher Leistung ca. 30% weniger Energie verbraucht, elektrische Energie, wie beispielsweise die bestehenden Pumpen, die jetzt eingebaut sind. Das haben wir bewiesen, das haben wir gemessen. Und wir waren auch sehr, sehr überrascht über diese Leistungsdaten. Das ist ein Teil unserer Zukunftsvision, unserer nachhaltigen Wasserwirtschaft und um unseren nachfolgenden Generationen auch dieses kostbare NAS jederzeit zur Verfügung stellen zu können. Das ist ein Teil unserer Zukunftsvision. 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 Das ist ein Teil unserer Zukunft, auch bei derence Gegebenauer Fahrt,